herzlich willkommen mein name ist alexander weibricht von krypto magazin wahrscheinlich weißt du wer ich bin weil du hast diesen kanal abonniert wenn du den kanal noch nicht abonniert hast freue ich mich natürlich über ein follow beziehungsweise auch über einen daumen für dieses video dieses video ist nichts wo du jetzt unglaublich viel lernen wirst sondern es geht einmal bisschen um mich was ist 2023 beim krypto magazin mein plan und was sind auch meine persönlichen ziele ich habe jetzt ohne video gesehen von einem anderen influenza der ein bisschen über seine ziele und pläne spricht und seine followerschaft und seiner community so ein bisschen update gibt was ist so gerade status quo und da auch bei mir einige projekte gerade offen sind von denen ich auch mitgeteilt habe dass ich sie umsetze ist mir wichtig euch so ein bisschen ein update zu geben was gerade stand der dinge ist wir fangen einfach an mit dem ersten und größten und wichtigsten update überhaupt beim krypto magazin und zwar die spaltung zwischen krypto magazin hauptkanal und krypto magazin trading kanal ihr seht vielleicht hier nochmal das ist der hauptkanal krypto magazin den gibt schon lang mit 16.400 abonnenten wo ich mich sehr sehr freue und vielen vielen dank nochmal für alle die dabei sind und schon so lange treu dem kanal zuschauen und dann gibt es jetzt den neuen kanal und zwar krypto magazin trading warum habe ich das getrennt und jetzt so ein bisschen zur motivation der wesentliche einer der wesentlichen punkte warum ich das getrennt habe ist weil ich euch spezifischeren content geben möchte ich möchte euch inhalt geben bei dem ich weiß dass es euch interessiert es gibt einfach viele krypto magazin zuschauer der ersten stunde dieses thema trading nicht so interessant finden und das ist vollkommen okay nicht jeder sollte traden und auch für die meisten leute ist es auch nix sondern für die leute die schon traden mit denen möchte ich arbeiten und die die es noch lernen möchten denen biete ich die möglichkeit hier auf einem extra kanal content von mir zu bekommen das feedback das ich bislang bekommen habe war sehr gut also alle haben gesagt so gut dass du das gemacht hast freue mich auch noch mehr über feedback gerade von dir als stamm zuschauer vom hauptkanal dass du ob du das gut findest oder eher schlecht dass es getrennt ist ich meine im prinzip hast du keine nachteile wenn dich beides interessiert kannst du bei beinem ein abo dalassen und da wollte ich jetzt an dieser stelle noch mal darum bitten mit 167 abonnenten nach einer woche ich würde mich einfach sehr freuen wenn ihr die dieses thema trading spannend findet wenn ihr einfach noch mal auf den trading kanal rüber switch und dort auch ein abo da lasst dass ihr auch dort kein video verpasst kommt auch im prinzip fast jeden tag ein video ich kann euch auch empfehlen die letzten videos anzugucken die waren sehr sehr spannend und auch von den meisten sehr sehr oft geliked dann vielleicht auch noch zum hauptkanal was ist denn dann mit dem hauptkanal das ziel des hauptkanals soll und sein und auch weiterhin bleiben thema bildung krypto bildung und aber auch investment strategien ich möchte euch hier über themen wie meine investments und so weiter updaten hier habt ihr gesehen das große release beim krypto magazin war das thema investment und euch ist vielleicht schon was aufgefallen hier ist eine große kapitalmenge verschwunden wohin wo das geld hin ist sage ich euch natürlich auch in diesem video also dieser kanal soll auf jeden fall das thema investment und krypto als allgemeines beschreiben ich habe jetzt sehr viel über gesprochen chat gbt und wie man es nutzen kann ich möchte natürlich aber auch kein channel werden das heißt auch da geht der content irgendwann auch zu neige ich möchte mit euch hier über themen sprechen die euch interessieren also schreibt auch gerne in die video beschreibung da bin ich auch ein bisschen auf euch angewiesen welche themen interessieren euch für was soll ich jeweils videos machen auf dem trading kanal einfach hier unter die video schreiben was euch noch mehr interessiert und auf dem hauptkanal bitte auch noch ein bisschen schreiben was euch welche themen spannend für euch sind könnt natürlich auf twitter folgen krypto magazin auf twitter einfach dort mal mich anschreiben wenn ihr ideen habt ich freue mich immer über motivat motivation aber auch inspiration für neue videos dann jetzt kommen wir zum nächsten spannenden punkt für 2023 für mich aktuell ich habe meinen trading algorithmus abgeschaltet trading bot ihr seht hier 5 level spot grid bot hier geschlossen mit 69 prozent api warum ganz einfach dieser bot lief auf binance mit busd bitcoin wie ihr seht und ethereum busd und aufgrund der aktuellen situation ist meine toleranz grenze für solche aktionen wie jetzt gerade bei packs und bei busd dass hier diese dieses pack vielleicht nicht mehr passt oder das beinance probleme kriegt mit busd meine toleranz ist super super gering ich habe fdx nicht schnell genug und habe so viel verloren also habe ich jetzt mein kapital abgezogen von binance und habe tatsächlich jetzt wirklich alle meine coins auf einem software wallet im nächsten schritt dann irgendwann auch noch voll auf dem ledger aber ich habe gar nichts mehr auf börsen beziehungsweise was ich noch bei nexo habe werde ich auch noch unter interest werde ich auch noch abziehen am 19 sind die letzten frei beinance öhren bnb habe ich tatsächlich vergessen gut dass ich mich daran erinnere die liegen noch da drin die werde ich auch abziehen das heißt hier wird das sehr sehr mit den investen jetzt erstmal aber ist nicht schlimm es soll euch ja auch zeigen dass auch ich gerade in gerade in dieser situation in der die aktuellen börsen super viel schwierigkeiten haben eben auch sehr sehr vorsichtig bin das kann sich alles noch ändern wenn es proof of reserve so überläuft aber das ist da der aktuelle punkt als nächstes was vielleicht auch den leuten die den trading kanal folgen aufgefallen ist hier mit den shorts auch und zwar mein ziel ist es hier ist ganz witzig aus mein ziel ist es auch hier mehr zu machen ich bin jetzt aktiver auf tik tok kryptomagazin trading gibt es auch auf tik tok auch da verlinke ich unter dem video freue ich mich wenn ihr folgt es gibt da auch einige die da jetzt schon dazugekommen sind ich mache einfach auch zu meinen videos jetzt passend an zu tik toks nicht weil ich denke dass da so jugendliche unbedingt traden sollten sondern weil ich einfach weiß dass bei tik tok sehr sehr viele leute in meinem alter auch sind mitte 30 anfang 40 die eben auch sich für inhalte interessieren und eben einfach das kurzvideo format spannend finden deshalb gibt es youtube shorts alles was auf tik tok kommt kommt auch auf youtube shorts das heißt ihr verpasst nichts wenn euch das interessiert findet ihr dann auch eben die shorts was machen die shorts die fassen eigentlich immer nur zusammen worum geht es dem neuesten video oder ich gehe auf fragen ein auch hier habt ihr die möglichkeit auf youtube oder auf tik tok mit mir zu kommunizieren freue mich über über ideen und das ist für mich sehr sehr wichtig als nächstes und das ist auch ein punkt der natürlich viele beschäftigt mein trading algo programmierkurs viele haben mich gefragt so alex wann kommt der und bitte nicht vernachlässigen und so ja ich kann euch mal erklären was das problem ist ich habe angefangen den kurs zu bauen und jetzt beim video 8 und ich will diesen kurs machen aber ich komme immer dann den punkt dass diese programmierfähigkeiten die ich habe die er habe ich jetzt 25 jahre lang entwickelt und das thema ist dass es entweder ein programmierkurs wird oder ein trading algo bot aber wenn ich versuche beides zu machen dann bräuchte ich wahrscheinlich 60 stunden video material weil ich kann einem einfach absoluten beginner der nicht programmieren kann kann ich zwar natürlich hergehenden fertigen quellcode geben und sagen hier füge die fünf zeilen ein aber das macht die nicht zum trading bot programmierer und es hilft immer auch nicht das heißt entweder müsste der kurs für programmierer sein die schon programmieren können da weiß ich aber nicht wirklich ob die dann so ein trading algo kurs brauchen weil das geht ja dann gar nicht mehr das kompliziert ist ja gar nicht dass das programmieren sondern das komplizierte ist ja die logik dahinter wie man den algorithmus konzipiert und da denke ich mir ist es ein bisschen schwierig weil ich möchte niemandem einen kurs verkaufen mit der erwartungshaltung dass er dadurch ein trading algorithmus programmieren kann mit dem er geld verdient wenn die person selber noch nicht mal programmieren kann weil dann wird das problem auftauchen in dem augenblick wo der quellcode fehler rauswirft kannst du nicht mehr damit umgehen weil ja da habe ich einfach noch ein bisschen bedenken schreibt mir mal in die video beschreibung was ihr dafür davon haltet ist es für euch okay wenn der kurs irgendwie 150 euro kostet wenn ihr dann eben auch an der einen oder anderen stelle selber über gpt3 oder also jet gpt nach dem fehler debugging sucht oder sollten wir so eine art community aufbauen in der ihr euch untereinander helfen könnt bei programmier fehlern oder problemen habt ihr da ideen ich würde mich super freuen über feedback wie ich das problem löst dass es nicht zu komplex wird und ich niemanden enttäusch weil ich will für niemand von niemanden 150 euro dann dafür dass er nach der zweiten lektion aufgibt beller merkt hierfür muss ich programmieren können ich habe wie gesagt die ersten videos schon gemacht programmiervideos wo ich wirklich die ersten grundlagen programmieren erkläre aber da denke ich mir so okay alex ist eigentlich nicht dein job weil es gibt so viele gute akademien und websites wo man programmieren lernt eigentlich müsstet ihr dorthin gehen und dort aus programmieren lernen und dann dürftet ihr erst mein kurs angucken jetzt ja dass das ist ein bisschen mein zwiespalt es ist nun mal so selbst wenn ihr programmieren könnt und selbst wenn ich euch das den kurs zeigt wie man bei uns integriert und damit irgendwelche oder bei bett und futures handelt dann habe ich immer noch das problem dass ihr noch keine fertige trading strategie habt die wirklich funktioniert oder komplexe indikatoren programmieren könnt also da bin ich ein bisschen echt im zwiespalt und ich könnte es mir einfach machen irgendwie ein kurs runter ratzen und euch online stellen und dann freuen über jeden das kauft aber sorry aber für mich ist das nicht mein anspruch ich möchte dass ihr was cooles habt als abschließende worte kann ich noch sagen vielleicht zu meiner persönlichen investment strategie wie jetzt mitbekommen habt habe ich meine coins auf einem wallet liegen was noch spannend an der sache ist ist halt dass ich jetzt auch noch von mir sagen kann ich bin in der akkumulations phase ich akkumuliere jetzt gerade crypto so viel ich kann aber und das muss man dazu sagen nicht nur sondern auch aktien ich bin auch natürlich in meinen sparplänen jetzt was meine msci world und msci merchant markets angeht also standard etfs breit gestreut aber das eher im ganz kleinen segment ich bin gerade sehr sehr stark im stockpicking ist also ich versuche mir jetzt wirklich in der aktuellen phase die unternehmen rauszusuchen die extrem unterbewertet sind die aufgrund einer dieser krise mit krieg und corona und handelste embargoes und mit ufos ja plötzlich einfach niedriger bewertet sind als ihr innerer wert ist und so wirklich versuch irgendwie ein dollar für 50 cent zu kaufen wie warren buffett so schön sagt und ich habe auch wirklich schon wirklich glück gehabt meine meine ein investment bei tesla ist 71 prozent im plus auch blackrock gekauft mit auch über 17 prozent im plus da könnt ihr mich jetzt auch kritisieren für die wahl meiner stocks aber ich habe kein insider wissen oder so ich kann nur sagen von dem was ich mitkrieg und der tech branche und von leuten die ahnung haben da sind einfach so viele dinge in bewegung gerade durch das thema ai und da ist jetzt die zeit um auch eben auch gute aktien zu finden natürlich sagen viele der große crash kann auch kommen aber der große crash kann auch ausbleiben und die ersten daten rad im raum die wirtschaftsdaten auch in süddeutschland die zirka kamen die ich jetzt geschaut habe oder wo ich jetzt mitbekommen habe die sind jetzt erstmal gar nicht so schlecht und wir kriegen in manchen bereichen gar keine rezession und da wird es natürlich auch spannend zu sehen wenn manche branchen sich nicht nur nicht nicht einbrechen sondern sogar noch stärken in dieser krise dann wird es natürlich extrem interessant da jetzt günstig einzusteigen und manche dinge wird es einfach immer geben nahrungsmittel wird es immer geben es gibt immer den bedarf an beispielsweise logistik oder an versand oder an bezahlsystemen also all solche dinge kann man sich natürlich angucken ganz spezifische brands die seit schon immer da sind aber eben auch wirklich grund grundversorger sind gerade im bereich versicherung rückversicherungen oder immobilien super spannend und da beschäftige ich mich gerade einfach viel das passt jetzt natürlich nicht zum krypto magazin aber auch da wollte ich ein bisschen für euch wissen wollt ihr so ein bisschen wissen wie so bei mir die reise dahin geht soll ich solche informationen mit euch teilen soll ich das so ein bisschen auch erweitern den inhalt zu diesen themen oder sagst du ne alex bleibt man nur bei krypto mach mal dann education content und es passt für uns was für eine art von content wünscht ihr euch denn schreibt es noch mal in die video beschreibung würde mich sehr sehr freuen und das war es eigentlich so mit meinem update video wie gesagt heute einfach mal so ein podcast stil bisschen erzählt wie meine aktuelle stellung zu der sache ist das thema trading und investment zu trennen finde ich selber ganz gut so habe ich so ein bisschen meine aufteilung und ich weiß ich werde bei dem thema trading bleiben weil ich da auch selber selber trade und spaß dran habe und trading algos ist für mich auch nicht tot sondern es ist für mich was wo ich sage wenn ich am trading manuellen trading selber dran bleibt und selber meine skills noch weiter verbessern kann ich daraus nur lernen und besser werden für meine algorithmischen trading sachen insofern freue ich mich sehr wenn ihr mir treu bleibt dem kanal treu bleibt und auch vielleicht einen daumen hoch da lasst unter video und eure ideen runter schreibt selbst wenn ihr nur einen kommentar da lasst mit danke für das video das hilft dem kanal und dem youtube algorithmus das hier ein bisschen vorangeht auch im bärenmarkt müssen wir youtuber gucken wie wir irgendwie unsere reichweite kriegen und daher könnt ihr uns als community massiv unterstützen vielen herzlichen dank für eure zeit und euch noch eine gute woche bis dann euer alex